Danke, Ben. Nee, bitte filmen. Du warst nicht. Keine Ahnung, im Sommer hier, hier, irgendwo da unten. Ich bin jetzt direkt zum Buch, war nicht wahr. Okay, danke, Bro, ja. 10 von 10, was würdest du ihm geben? 12. Was würdest du ihm geben? 12 von 5. 12,5? Ey, ja. Also ich würde dir eine solide, ähm, ja, 20 schon geben. Unterschrift vom krassesten, krassesten für Cedric, noch mit Herzkracht. Was würdest du machen, Timo? Wir wollen Leuten, die wenig Geld haben, Geld schenken. Danke, Timo. 6 Minuten, Okwamu. Wir sind hier mit... Moritz. Moritz, Dicca, wohin gehen wir? Maschallah, Dicca, was ist gerade passiert? Warum warten wir jetzt hier? Ähm, wir haben eine Stationübersprung. Jetzt warten wir 5 Minuten. Wir gehen dann, golfen mit den Lieben. Und dann, ja, ich nehme euch mit und ja, viel Spaß. So, Freunde, wir sind jetzt hier gerade in Blankenburg. Gerade im Netto, haben uns was gegönnt. Was hast du dir gegönnt, Moritz? Zeig mal deinen Call. Wir haben nicht das Scheiße. Hähnchen-Döner. Ähm, lecker. Und noch, äh, Käsebräkchen. Oh, yeah. Ich habe eine Wunderbar geholt. Dann noch eine Mashallah-Donut, den krassesten in meinem Leben gesehen hab, Dicca. Und dann noch das Gleiche, was Moritz hat, da irgendeine Käsebräze. Jetzt wird sich gegönnt. Zeig mal, was du drauf hast, Moritz. Oh, das hier. Da ist er das. Oh, jetzt zieht er seine Hecke aus, obwohl es minus 5 Grad geführt ist. Okay. Du, da schneiden wir was hin. Komm, Moritz. Hör, da war der hinten. Der war krass. Nee, da war ich nicht. Doch, Dicca, der war krass. War die Wetter? Ja. 5,5,5,5,5. Mindestens, ne? Stop the cow! 1,5,5,5,7,5,5,3,5,5,2,4,5,6,6,7,8,6,7,7,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9! We're done. Ready? Set. End. Bruh. Woo! Okay, go. Good. oh mein gott und ja morgens und ich habe jetzt vom golfplatz noch mal die ehre auf jeden fall wir waren da hinten in so einer kabine wir haben jetzt ab das geile clubhaus haben wir noch hier ein bisschen gezockt wir haben auf jeden fall wir haben jetzt auf jeden fall sehr nice hier mit morris wie geht es hier ganz was du warum ist hier noch das nicht ab vom auto nein es ist drei uhr acht wir gehen jetzt nach hause wir sind gerade auf einer feier gewesen mit ein paar freunden und ja man ich war ein kranker wingman ganz cooles story jetzt erstmal was ich gerade gemacht habe ich bin hier gerade auf tik tok und ich habe gerade mein aller aller erstes tik tok hochgeladen ja egal liken 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 auf ein tik tok gehen vielleicht verlinkt ich es unten vielleicht noch nicht auf jeden fall mein tik tok grafos hede wie auf youtube und liken 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 wir sind egal mit luke es ist 8 uhr 27 ich stehe heute auf erste sache also heute ich sie so ein pickel ich bin einfach inner geworden kurz zweitens ich bringe müll weg und schloss meine mutter auf einmal kommt irgendeine rat in meine scheiß fresse gesprungen das verschadet in meinen tag aber dafür haben heute nicht lange wir haben bis keine ahnung 11 uhr 15 heute mit dabei ist der bester mensch der welt so jungs jetzt sind wir hier und jetzt möchte ich mal ganz kurz fragen wo ist dein essen okay und wer hat es ausgegeben und er hatte nie essen dabei und guck mal wer jetzt essen aber pancake habe ich natürlich selber gemacht zu hause und mitgenommen mit teller und so und joghurt ich habe jetzt erst schluss und wir gehen jetzt direkt ins gym heute ist mittwoch das heißt heute ist pull day und ja leute wir sehen uns wir sehen uns also wir sind jetzt im gm unterricht und ich habe das hier in einer stunde gemacht wir mussten so schrift charaktere machen ja und wenn das wir sagen was passiert ist der typ hat alles verloren weil alles abgestützt ist er hat nicht gespeichert weil er ein dummer schwank ist 10 von 10 dicker 10 von 10 schlag einfach doll dicker schlag doll schlag ich nicht doll ja zeig mal den trick den du gerade gezeigt hast vorhin zeig mir den trick noch mal ja wo ich da weggucken muss und sowas das ist groß und hart das ist so fucking smart sind so schön auf ihrer arme nummer eins so wie thor war stahl hart so wie tony stark früher war mein leben immer schwer hatte keine realen homies mehr jetzt bin ich der krankste millionär ja